Hallo Freunde, heute zeige ich euch, welche Aufgaben im Winter notwendig sind, um die Schädlingspopulation in eurem Garten klein zu halten. Bei den Apfelbäumen müsst ihr alle Äpfel, auch die verfaulten, entsorgen, da dort die Schädlinge für Äpfel überwintern. Und wenn euer Komposthaufen in der Nähe eurer Äpfelbäume ist, solltet ihr die verschrumpelten Äpfel lieber in eine Biotonne tun. Wichtig ist, dass ihr jeden Äpfel mitnehmt, auch diese kleinen hier, denn dort können sie auch überwintern. Und vergesst auch nicht, die verfaulten Äpfel vom Boden aufzuheben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich freue mich natürlich auch über jeden Like und jeden Kommentar, lasst doch gerne ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Mal.